Leichtfüßig bewegt sich der Touareg durch enge Kurven. Dank Allradlenkung. Über Spurstangen steuert ein Elektromotor die Lenkung an der Hinterachse. Hilfreich beim Rangieren bis 37 kmh. Bis zu 5 Grad schlagen die Räder jetzt gegensinnig ein. So kann der Wendekreis bis zu 1 Meter reduziert werden. Auch bei hohem Tempo verbessert die Allradlenkung das Fahrverhalten. Nun lenken die Hinterräder gleichsinnig. Für erhöhte Fahrstabilität und mehr Sicherheit. Die optionale Allradlenkung im neuen Touareg.